Wir machen jetzt einen kurzen Revolver-Bahn. Wir haben vier Granaten. Vier Granaten sind top. Das war ein echt kurzer Bahn. Wir spawnen aber nochmal da. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wir da jetzt besser rankommen. Vor allem, dass es diesmal sind Eiergranaten. Also, Eiergranaten klingt weird, wenn ich das so sage. Auf jeden Fall, runde Granaten wollte ich eher sagen. Das ist dieser komische französische Revolver, glaube ich. Da wir vier Granaten haben, werde ich mal zwei jetzt wegwerfen. Perfekt. Und zwei wollte ich gerade sagen, wenn ich noch mehr Feindkontakt sehe. Oh oh. Oh mein Gott. Ha Mist, die zweite ist einfach zu spät explodiert. Das wäre ein Football-Kill geworden. Ich habe keine Ahnung, ob in wer dann die Leute sich gegenseitig von der Granate abwehren können. Indem einer zum Beispiel da rauf springt. Geht mir die Strafe nun vor ihnen spawnen. Okay, dann haben wir auch Down. Wir müssen hier diese Linie halten. Irgendjemanden haben wir auf jeden Fall mit der Granate bekommen. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott. Der von da oben, ne? Von dem mittleren Bunker bleibt jemand hier runter. Und da er zwei Treffer brauchte, wahrscheinlich sehr große Chance, dass es eine Stole ist. Verdammt. Okay, wenigstens haben wir einen. Frischendruck können wir ja hier machen. Wir sollten jetzt aber mal sicherheitshalber nachladen. Naja, wir laden immer nur eine Kugel nach. Das ist ja nicht dieser Revolver, wo man zwei nachladen kann auf einmal. Äh, ich weiß nicht, ob ich... Oh mein Gott. Einen haben wir bekommen. Wunderbar. Wir sind wahre Meister der Kriegsführung. Wenn wir einen bekommen. Wir gehen mal mit in die Offensive hier auf dem mittleren. Verdammt. Ich weiß schon, warum wir den mittleren nicht kriegen werden. Wenn da ein blödes MG die Linie hält. Okay. Okay. Okay, haben wir die Position. Sieht auf jeden Fall gut aus. Der Push. Okay. Wir laden mal sicherheitshalber nach. Okay, die können jetzt langsam wieder da sein. Wir sollten jetzt hier in die Defensive gehen. Au! Da war ich zu langsam. Da war ich zu langsam. Oh mein Gott, die sind schon nah. Wir sind ein Grenadier. Und wir grenadieren. Alter! Das sind aber ein paar gute Sprengstoff-Kills. Oh mein Gott, von der Seite kommen auch noch welche. Ich glaube, ich muss weiter grenadieren. Okay, wir haben etwas grenadiert. Ja gut, hier sind wir mit der Pistole aufgeschmissen. Aber nach da oben kommen wir ja nicht. Also wenn wir jetzt hier wieder hingehen. Versuchen mit der Pistole defensiv zu spielen. Ne, aggressiv meine ich. Ich werde mir zwei Granaten aufbewahren. Ich versuche hier über ein Auge, die juckt gerade. Über diesen rechten, leichten Graben nach vorne zu pushen. Ach du, halt die gescheiße. Die Granate war hart fail. Hat aber einen Hitmarker gemacht, immerhin. Und auch jemanden bekommen. Den haben wir auch. Verdammt. Wir haben nur drei Schuss, wir müssen nachladen. Und ich würde einen Push. Wir sind am Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will in diesen Graben rein. Der ist graviger, wollte ich gerade sagen. Mist. Hat aber nicht geklappt. Wir versuchen es noch einmal in die Mitte. Ja. Richtig schreien. Da ist jetzt noch einer. Wo ist nur der zweite? Keine Ahnung. Aber ich wette, der kommt hier gleich wieder her. Der versucht die ganze Zeit, diese Position zu halten. mit seiner fancy Pistole. Das war er schon mal nicht. Ich bin auch gerade nicht sicher, welche Uniform er hatte. Ach du heilige Scheiße. Das wäre ein Fest für meine Granaten. Ich glaube, hier oben ist gerade einer reingeflogen. Perfekt. Mein teammate hat ihn gemacht. Doch nicht. Der lebt noch. Wir haben uns gegenseitig. Okay. Nice.